Shilayit ist eine natürliche Substanz, die seit Jahrhunderten in der ayurvedischen Medizin verwendet wird und sich den Ruf eines wirksamen Gesundheitswirkstoffs erworben hat. Shilayit stammt aus den Bergen, insbesondere in Regionen wie dem Himalaya. Es besteht aus zersetzter organischer Substanz und wird traditionell für verschiedene medizinische Zwecke verwendet. Nachfolgend sind einige gesundheitliche Vorteile von Shilayit aufgeführt, die seinen Ruf als leistungsstarkes Wellnessmittel untermauern, erhöht die Energie. Shilayit steigert bekanntermaßen das Energieniveau und bekämpft Müdigkeit, was es zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel bei Sportlern und Menschen mit einem aktiven Lebensstil macht. Verbessert die Gehirnfunktion Shilayit verbessert nachweislich die Gehirnfunktion und erhöht die geistige Klarheit, Konzentration und das Gedächtnis. Natürliches entzündungshemmendes Mittel Shilayit hat entzündungshemmende Eigenschaften, die dazu beitragen können, Entzündungen im Körper zu reduzieren, was für Menschen mit chronisch entzündlichen Erkrankungen von Vorteil sein kann. Immununterstützung Shilayit kann das Immunsystem stärken und dem Körper helfen, Krankheiten zu bekämpfen und gesund zu bleiben. Gleich den Blutzuckerspiegel aus Shilayit hilft nachweislich dabei, den Blutzuckerspiegel auszugleichen, was für Menschen mit Diabetes oder Prädiabetes von Vorteil sein kann. Verbessert die Herzgesundheit Shilayit kann dazu beitragen, das Risiko von Herzerkrankungen zu verringern, indem es die Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessert und den Cholesterinspiegel sinkt. Antioxidative Eigenschaften Shilayit ist reich an Antioxidantien, die dazu beitragen, die Zellen vor Schäden durch freie Radikale zu schützen, was dazu beitragen kann, chronischen Krankheiten und vorzeitiger Alterung vorzubeugen. Fördert die Knochengesundheit Shilayit kann helfen, die Knochen zu stärken und Knochenschwund zu verhindern, was besonders für ältere Menschen von Vorteil ist. Verbessert die Verdauung Shilayit verbessert nachweislich die Verdauung und lindert Magendarmprobleme wie Verstopfung und Sodbrennen. Reguliert den Stoffwechsel Shilayit kann dabei helfen, den Stoffwechsel zu regulieren, was für Menschen, die abnehmen oder ein gesundes Gewicht halten möchten, von Vorteil sein kann. Verbessert die Schlafqualität Shilayit kann dazu beitragen, die Schlafqualität zu verbessern, was für die allgemeine Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Antimikrobielle Eigenschaften Shilayit hat antimikrobielle Eigenschaften, die bei der Bekämpfung von Infektionen helfen und die allgemeine Gesundheit fördern können. Verbessert die Fruchtbarkeit Shilayit verbessert nachweislich die Fruchtbarkeit sowohl bei Männern als auch bei Frauen, was für Paare mit Kinderwunsch von Vorteil sein kann. Unterstützung bei der Stressbewältigung Shilayit kann helfen, Stress abzubauen und Gefühle der Ruhe und des Wohlbefindens zu fördern. Fördert eine gesunde Haut Shilayit kann dank seiner antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften zu einer gesunden, strahlenden Haut beitragen. Verbessert die Durchblutung Shilayit verbessert nachweislich die Blutzirkulation, was sich positiv auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und die allgemeine Körperfunktion auswirken kann. Entgiftende Eigenschaften Shilayit kann bei der Entgiftung des Körpers helfen, indem es Giftstoffe und Schwermetalle entfernt und so die allgemeine Gesundheit fördert. Unterstützung bei der Schmerztherapie Es hat sich gezeigt, dass Shilayit Schmerzen lindert, was für Menschen mit chronischen Schmerzen oder entzündlichen Erkrankungen von Vorteil sein kann. Verbessert die Lungengesundheit Shilayit kann dabei helfen, die Lungengesundheit zu verbessern und eine bessere Atemfunktion zu fördern. Antialergische Eigenschaften Shilayit hat antialergische Eigenschaften, die dazu beitragen können, die Symptome Saison aller Allergien zu lindern und eine bessere Lebensqualität zu fördern. Verbessert die Augengesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Augengesundheit und schützt vor Schäden durch freie Radikale. Unterstützung bei der Behandlung hormoneller Störungen Shilayit kann helfen, den Hormonhaushalt auszugleichen und eine gesunde Hormonfunktion zu fördern. Verbessert die Nierengesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Nierengesundheit, indem es die Ausscheidung von Giftstoffen fördert und die Nierenfunktion verbessert. Antikrebs-Eigenschaften Einige Studien deuten darauf hin, dass Shilayit krebshemmende Eigenschaften hat, die bei der Krebsprävention und Behandlung vielversprechend sein könnten. Fördert die Gesundheit der Leber Shilayit kann dabei helfen, die Leber zu entgiften und eine gesunde Leberfunktion zu fördern. Verbessert die sexuelle Gesundheit Shilayit verbessert nachweislich die sexuelle Gesundheit, indem es die Libido steigert und die sexuelle Funktion bei Männern und Frauen verbessert. Unterstützung bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen Shilayit kann helfen, das Immunsystem zu regulieren und Menschen mit Autoimmunerkrankungen Linderung zu verschaffen. Verbessert die körperliche Widerstandsfähigkeit Shilayit kann die körperliche Ausdauer verbessern, was für Sportler und aktive Menschen von Vorteil ist. Unterstützung bei der Behandlung von Stoffwechselstörungen Shilayit hilft nachweislich bei der Regulierung des Stoffwechsels und unterstützt bei der Behandlung von Stoffwechselstörungen wie dem metabolischen Syndrom. Verbessert die Schilddrüsenfunktion Shilayit kann helfen, die Schilddrüsenfunktion auszugleichen und eine gesunde Schilddrüse zu fördern. Unterstützung bei der Behandlung von Magendarmerkrankungen Shilayit kann Menschen mit Magendarmerkrankungen wie Reizdarmsyndrom oder entzündlichen Darmerkrankungen Linderung verschaffen. Verbessert die Gesundheit der Gelenke Shilayit verbessert nachweislich die Gesundheit der Gelenke, indem es Entzündungen reduziert und die Regeneration des Gelenkgewebes fördert. Unterstützung bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen Shilayit kann Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson unterstützen. Verbessert die Zahngesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Zahngesundheit, indem es gesundes Zahnfleisch fördert und Munderkrankungen vorbeugt. Unterstützung bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen Shilayit kann Menschen mit Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Bronchitis Linderung verschaffen. Verbessert die Spermienqualität Shilayit verbessert nachweislich die Spermienqualität, was für Paare mit Kinderwunsch von Vorteil ist. Unterstützung bei der Behandlung dermatologischer Erkrankungen Shilayit kann Menschen mit dermatologischen Erkrankungen wie Ekzemen oder Psoriasis-Linderung verschaffen. Verbessert die Lebergesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Lebergesundheit, indem es die Entgiftung fördert und vor Leberschäden schützt. Unterstützung bei der Behandlung endokriner Störungen Shilayit kann Menschen mit endokrinen Störungen wie Hypothyreose oder Hyperthyreose unterstützend helfen. Verbessert die Muskelgesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Muskelgesundheit, indem es die Erholung nach dem Training fördert und Muskelkater reduziert. Unterstützung bei der Behandlung von Nierenerkrankungen Shilayit kann Menschen mit Nierenerkrankungen wie Nierensteinen oder Harnwegsinfektionen Linderung verschaffen. Verbessert die Mundgesundheit Shilayit verbessert nachweislich die Mundgesundheit, indem es Zahnfleischerkrankungen vorbeugt und einen gesunden Mund fördert. Unterstützung bei der Behandlung von Herzerkrankungen Shilayit kann Menschen mit Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen oder Herzinsuffizienz unterstützend helfen. Verbessert die Gesundheit des Lymphsystems Shilayit verbessert nachweislich die Gesundheit des Lymphsystems, indem es eine gesunde Lymphzirkulation fördert und Flüssigkeitsansammlungen verhindert. Unterstützung bei der Behandlung weiblicher Hormonstörungen Shilayit kann Frauen mit hormonellen Störungen wie dem Prämenstrüllen-Syndrom oder den Wechseljahren unterstützen. Die empfohlene Dosierung von Shilayit kann je nach Dereichung des Nahrungsergänzungsmittels variieren. Shilayit liegt normalerweise in Harz-, Pulver- oder Kapselform vor. Es ist wichtig, die Anweisungen des Herstellers oder die Anweisungen eines medizinischen Fachpersonals zu befolgen, um die geeignete Dosierung für jede Person zu bestimmen. Im Allgemeinen beträgt die typische Dosierung von Shilayit in Harzform etwa 300 bis 500 mg pro Tag, aufgeteilt auf zwei Dosen. Bei Verwendung in Pulverform kann die empfohlene Dosierung 250 bis 500 mg pro Tag betragen. Bei Kapseln beträgt die Dosis in der Regel ein bis zwei Kapseln täglich. Es ist wichtig zu bedenken, dass die geeignete Dosierung von Shilayit je nach Alter, Gewicht, allgemeinem Gesundheitszustand und anderen individuellen Faktoren variieren kann. Daher ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren, bevor Sie mit der Einnahme von Shilayit oder einem anderen Nahrungsergänzungsmittel beginnen. Abhängig von der Form des Nahrungsergänzungsmittels kann Shilayit auf verschiedene Arten eingenommen werden. Wenn es sich um Harz handelt, kann es in warmem Wasser oder Milch gelöst eingenommen werden. Pulverförmiges Shilayit kann auch mit Flüssigkeiten wie Wasser, Saft oder Smoothies gemischt werden. Bei Kapseln empfiehlt es sich, die Herstellerangaben zu beachten. Um eine maximale Aufnahme und Wirksamkeit von Shilayit zu gewährleisten, empfiehlt es sich, es auf nüchternen Magen vorzugsweise morgens einzunehmen. Darüber hinaus ist es wichtig, die spezifischen Anweisungen des Produkts zu befolgen und eine Überschreitung der empfohlenen Dosierung zu vermeiden. Obwohl Shilayit in der empfohlenen Dosierung allgemein als sicher gilt, können bei manchen Menschen Nebenwirkungen auftreten. Zu den möglichen Nebenwirkungen von Shilayit können Magenverstimmung, Durchfall, Kopfschmerzen oder Schwindel gehören. Darüber hinaus kann Shilayit aufgrund seines Mineralstoffgehalts mit bestimmten Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln interagieren. Daher ist es wichtig, vor der Einnahme von Shilayit einen Arzt zu konsultieren, insbesondere wenn sie andere Medikamente einnehmen. In seltenen Fällen können manche Menschen allergisch gegen Shilayit sein, was zu einer allergischen Reaktion führen kann. Sollten nach der Einnahme von Shilayit Nebenwirkungen auftreten, ist es wichtig, sofort einen Arzt aufzusuchen. Shilayit ist ein natürliches Nahrungsergänzungsmittel mit potenziellen gesundheitlichen Vorteilen, es ist jedoch wichtig, es sicher und achtsam einzunehmen. Bevor Sie mit der Einnahme von Shilayit beginnen, ist es ratsam, einen Arzt zu konsultieren, um die geeignete Dosierung zu bestimmen und sicherzustellen, dass keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln auftreten. Wenn Sie die Anweisungen des Herstellers befolgen und sich etwaiger Nebenwirkungen bewusst sind, können Sie die potenziellen gesundheitlichen Vorteile von Shilayit nutzen. Wie bei jedem Nahrungsergänzungsmittel ist es jedoch wichtig, bei der Erwägung der Verwendung die persönliche Sicherheit und das Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen.